Warum erzählst du mir nicht, was los ist, meine Kleine? Erzähl deiner Tante Olgi, was dich beschäftigt. Was ist mit dir? Soll ich dir eine Schokoladentorte backen? Die bringt dich doch immer wieder auf Vordermann. Nein, Olga, es ist total aussichtslos. Mir kann gerade gar nichts helfen, weißt du? Oh, mein Liebling, du machst mir Angst. Was ist passiert? Ich wäre gern für ein Weilchen allein, ja. Mein Vater kann jederzeit reinkommen, Thomas. Nein, nein. Das hier ist wirklich wichtig, Violetta. Es ist mir egal, was du zu mir gesagt hast. Und ich akzeptiere auch, dass du nichts von mir wissen willst. Aber du musst ins Studio kommen. Ich gehe erst wieder hier weg, wenn du die Papiere für die Aufnahmeprüfung unterschrieben hast. Es geht einfach nicht. Was willst du damit sagen? Du bist Künstlerin. Weißt du, wie viele Menschen davon träumen, so eine Chance zu kriegen? Ich kann nicht, mein Vater ist dagegen. Was macht dieser Junge hier? Jetzt geht das wieder los. Also, er wollte gerade gehen. Umso besser. Ich will dich hier nie wieder sehen. Schon gut, ich bin schon weg, aber es ist Ihnen schon bewusst, dass Sie den Traum Ihrer Tochter zerstören, oder? Was? Nein, hör nicht auf ihn. Thomas, geh jetzt. Ich bitte dich. Thomas. Wir sprechen später. Violetta, mach die Tür zu. Ich habe dich hundertmal gebeten, diesen schlechterzogenen Kerl nicht hier im Haus zu empfangen. Jetzt trefft ihr euch nicht nur hier, sondern bestimmt seht ihr euch auch noch außerhalb. Hör auf, mir Sachen zu verheimlichen, Violetta. Hörst du? Du bist derjenige, der alles verheimlicht. Wovon sprichst du? Von deiner Verlobung mit Jade. Woher weißt du das? Das ist unwichtig. Offensichtlich bin ich nur eine Fremde für dich. Hör zu, Violetta. Ich bin nun mal ein erwachsener Mensch und ich habe das Recht, eine Beziehung zu haben. Ich muss dich nicht um Erlaubnis bitten, ob ich mich verloben darf oder auch nicht. Du musst mich nicht um Erlaubnis bitten. Aber du könntest es mir wenigstens mitteilen. Außerdem bestimmst du immer, mit wem ich zusammen sein darf und mit wem nicht und was ich tun soll. Immerhin bin ich dein Vater, Violetta. Du könntest aber auch mein Freund sein. Nein, ich will nicht, dass du mich um Erlaubnis bittest. Du hast recht, du bist erwachsen. Aber ich will nicht außen vor gelassen werden. Ich will mit einbezogen werden. Ah, herzlichen Glückwunsch zur Verlobung mit Jade. Wenn es das ist, was dir gut tut und was dich glücklich macht, ist das okay. Ich werde das ebenso machen. Mein Schatz, ich muss schnell ins Spa zur Massage. Könntest du mich vielleicht mitnehmen? Hast du Violetta von unserer Verlobung erzählt? Bitte? Nein, mein Liebling, du wolltest es dir doch unbedingt selber mitteilen. Wer hätte es ihr denn sonst sagen können? Ich weiß es nicht. Ah, ist gut möglich, dass sie es mitgekriegt hat, als ich es Matthias erzählt habe. Verzeih mir, mein Liebling, das habe ich wirklich nicht gewollt. War es schlimm für sie? Ja, mehr oder weniger. Oh, mein Schatz, es tut mir so leid. Entschuldige. Das war keine Absicht. Glaube mir, wirklich nicht.